Rock the Make-up und schon mal herzlichen Glückwunsch, dass du hier diese Seite gefunden hast. Ich möchte dir mal ganz kurz erklären, warum du genau die richtige Entscheidung getroffen hast. Und zwar präsentiere ich dir jetzt mal den Workshop Diamond Face – Deine neue Zukunft. Was ist Diamond Face? Diamond Face ist ein Workshop, oder fangen wir anders an. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass viele Kunden nicht wissen, wie sie sich schminken sollen. Und auch viele Visagisten können die Basics, also die wichtigen Sachen, woran man Geld verdienen kann, am Kunden, können die nicht richtig umsetzen. Das heißt, der Fokus auf viele Schulen wird komplett verlegt, also genau in Dinge, die eigentlich erstmal gar nicht relevant sind, um Geld generieren zu können. Und ich habe für dich einen Kurs entwickelt, Diamond Face, genau der, auf dem du jetzt hier bist. Der besteht aus insgesamt über 8 Stunden Videomaterial, 40 Videos und vor allem auch, das wichtigste, ein Business-Teil. Und was du bekommst ist, das ganze Wissen so komprimiert, dass du relativ simpel und ganz schnell das Wichtigste lernst im Bereich Make-up, um daraus auch wirklich Geld generieren zu können. Es wird weggegangen von diesen ganzen Basics, wie Frühling, Sommer, Herbst oder Wintertyp. Weg von diesen ganzen Gesichtsformen, Vier, Dreieck, Rund, Oval und so weiter. Denn das ist alles eine alte Schule, die irgendwann mal begonnen hat, die Schüler in diesem ganzen Ausmaß zu unterrichten mit lauter Regeln. Das heißt, du bezahlst eigentlich unnötig viel Geld für Dinge, wo du theoretisch gar nicht wissen musst. Und bei Diamond Face, bei diesem Workshop, was du hier bekommst, ist das Wissen auf das Notwendigste runter reduziert. Und du bekommst nur das, was auch wirklich auf dem heutigen Markt, in der modernen Welt wichtig ist, um an Kunden Geld generieren zu können. Und was auch ganz wichtig ist, ich lasse dich nicht allein. Du bekommst ein Business-Teil. Allein dieser Business-Teil geht eineinhalb Stunden, wo ich dir viele Tipps gebe in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Also worauf du in der heutigen Zeit achten musst. Ein ganz großer weiterer Bonus ist, auch wenn du diesen Kurs konsumiert hast, bleiben wir zwei immer in Kontakt. Denn es gibt für dich eine exklusive VIP-Facebook-Gruppe, wenn du der beitrittst, da sind nur Mitglieder drin aus diesem Kurs. Und da werde ich dann immer extra für euch, für dich, Livestreams machen, wo du dir noch spezielle Fragen, wenn dir irgendwas unklar ist, mir stellen kannst. Und ich werde dir alles beantworten. Es gibt keine Geheimnisse. Alles, was Inhalte oder was Themen betrifft zu diesem Kurs, werde ich dir ohne Probleme alles beantworten. Und ich werde dich auf jeden Fall nicht allein lassen, sondern ich werde dich begleiten. Auch nachdem du den Kurs, wie gesagt, konsumiert hast. Also, nochmal, was bekommst du nochmal im Schnelldurchlauf? Du bekommst die moderne Art des Make-ups. Diamond Face, das Gesicht einer Frau so zu schleifen, wie ein Rohdiamant. Wir gehen weg von diesen ganzen Regeln und ich zeige dir, wie Make-up heutzutage einfach gemacht wird. Und zwar so, dass du am Kunden direkt Geld verdienen kannst mit einem guten, was heißt mit einem guten, mit einem perfekten Make-up. Du könntest mit diesem Wissen, was du in diesem Kurs bekommst, für Zeitschriften arbeiten, wie die Vogue, die L und, und, und. Denn du lernst wirklich das Wichtigste, die Basics, das Wichtigste, das Make-up, was Geld bringt. Und du bekommst über 8 Stunden Videomaterial, 40 Videos. Du bekommst eine exklusive Facebook-Gruppe, wo wir zwei uns immer wieder sehen, wo ich dich begleiten werde auf deinem Weg. Du bekommst einen Business-Teil, also du bekommst einen Marketing-Teil, wo ich dir schon mal Business-Tipps gebe. Und wie gesagt, du bekommst ein Angebot und das verspreche ich dir, das wirst du so auf dem heutigen Markt in Deutschland und, ich möchte nicht lügen, sogar in Europa. Zu diesem Preis wirst du das nicht mehr bekommen. Also, schlage jetzt zu und wir zwei, wir sehen uns dann auf jeden Fall in deiner Facebook-Gruppe, wo wir uns dann austauschen. Und wie gesagt, du hast jetzt schon mal den richtigen Schritt getan und schau dich rum auf den Markt. Ich bin mir sicher, du wirst den nächsten richtigen Schritt auch noch tun, denn was Vergleichbares wirst du nicht mehr finden. Rock the Make-up und wir sehen uns. Ciao. Rock the Make-up Rock the Make-up Rock the Make-up Rock the Make-up Vielen Dank.